Wir haben wichtige und besorgniserregende Neuigkeiten, die wir mit Ihnen teilen möchten. Kürzlich zeigte das Marktwert-Update auf dem Portal Transfermarkt einen deutlichen Wertverlust vieler unserer Spieler. Diese Abwertung könnte einen großen Einfluss auf unsere Hoffnungen auf wichtige Neuverpflichtungen für die nächste Saison haben. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 22. April 2024 gab die Geschäftsführung von Borussia Mönchengladbach bekannt, dass Neuverpflichtungen nur mit Erlösen aus Spielerverkäufen möglich sein werden. Diese Ankündigung war ein klares Signal, dass wir erhebliche Mittel benötigen, um erstklassige Talente für den Verein zu gewinnen. Allerdings hat die jüngste Aktualisierung der Marktwerte unsere Erwartungen durchkreuzt. Der Spieler, der unter diesem Update am meisten gelitten hat, war Menjou Connet, 23 Jahre alt. Der Marktwert des Franzosen sank um 5 Millionen Euro, von 25 Millionen auf 20 Millionen Euro. Obwohl er immer noch Gladbachs wertvollster Spieler ist, ist dieser deutliche Rückgang einer der größten Rückgänge in der Bundesliga. Im vergangenen Sommer wurde sein Marktwert auf 40 Millionen Euro geschätzt. In nur einer Saison wurde dieser Betrag halbiert. Diese Abwertung ist schmerzhaft, da Connet unsere größte Hoffnung war, durch einen möglichen Verkauf erhebliche Einnahmen zu erzielen, insbesondere angesichts des Interesses, das er in Italien weckt. Die Enttäuschung der letzten Bundesliga-Saison hat nicht nur unsere Leistung auf dem Platz beeinträchtigt, sondern auch finanzielle Auswirkungen. Wenn Borussia jetzt seine Spieler verkauft, wird der Verein wahrscheinlich weniger verdienen, als er im letzten Winter oder Sommer verdient hätte. Dies verkompliziert unsere Situation zusätzlich, wenn man bedenkt, dass wir Mittel benötigen, um das Team zu verstärken. Die Gladbacher Führung ist sich der finanziellen Schwierigkeiten und der Auswirkungen der Abwertung der Spieler bewusst. Wir müssen in den bevorstehenden Transferfehnstern strategisch vorgehen, uns auf die Maximierung des Umsatzwerts konzentrieren und nach Verpflichtungsmöglichkeiten suchen, die dem Verein eine signifikante Rendite bringen können. Wir wollen eure Meinung hören, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. Was halten Sie von der Abwertung unserer Spieler? Was sind Ihre Erwartungen für die nächste Saison und zukünftige Neuverpflichtungen? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Meinung.